Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Wir machen hier von Start bis Play Store. Das heißt, wir machen ein Spiel hier zusammen, das man am Ende auch so in den Play Store stellen kann. Ein Mobile Game. Hier geht es um Monster Truck und am besten, wir gucken uns das gleich mal an, wie weit wir schon sind, wenn ihr neu einsteigt. Am besten fangt ihr weiter vorne an oder guckt einfach mal erstmal, wie ihr möchtet. Eine kleine Sache noch, in eigener Sache noch was. Und zwar möchte ich, dass mein Kanal ein bisschen wächst. Deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, ein bisschen mehr Videos noch zu machen. Und zwar wird es jetzt jeden Donnerstag um 15 Uhr ein Unity Tutorial geben. Also erstmal im Moment dieses hier, diese Reihe. Und außerdem wird es jeden Dienstag um 15 Uhr ein JavaScript oder Arduino oder andere Programmierthema, andere Programmiersprache dazu ein Tutorial Video geben. Also es wäre toll, wenn ihr abonniert, wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, wenn ihr kommentiert und so weiter. Damit vielleicht mein Kanal doch noch ein bisschen wächst, wäre nicht schlecht eigentlich. Gut, danke dafür. Dann legen wir mal los. Also wie immer zuerst schauen wir mal, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Wir waren hier in der Garage, hatten dafür gesorgt, dass man aufrüsten kann. Also die Räder, dass man hier was zukaufen kann, dass der Preis ändert, dass hier abgezogen wird und so weiter. Motor, Special, Seilwinde, Allrad, Schneeketten, Schwimmfähigkeiten und so mehr und alles konnte man hier kaufen. Und dann, wie gehabt, in den Level gehen. Hat dort auch die Sachen bekommen. Also hier zum Beispiel haben wir jetzt größere Räder, als ursprünglich ist und Allrad. Aber was jetzt noch nicht möglich ist, ist das mit der Winde. Ihr habt ja gesehen, ich hatte die Winde gekauft. Trotzdem habe ich sie hier nicht. Und das wollen wir dann jetzt in dieser Folge machen. Zuerst mal würde ich dafür sorgen, dass wir die Winde überhaupt haben. Dass wir Bedienelemente in der UI haben, um sie zu starten und so weiter. Um sie wieder wegzumachen. Also wenn wir zum Beispiel jetzt so irgendwie eine Befestigung gesetzt haben. Das würde ich jetzt zuerst mal machen. Also die Befestigung und die UI vom Truck in Bezug auf die Winde und die Winde selbst am Truck. Also am besten in das Truck Prefabs Truck. Und da haben wir ja jetzt hier unser Chassis gehabt und die Räder und so weiter. Dann hier die UI, das kennt ihr alles hier. Hier bei der UI käme jetzt also noch was dazu, dass wir die Winde fahren können. Da würde ich das so machen, dass ich hier einen Slider machen würde, wo man dann die Winde entsprechend stark steuern kann. Also UI und Slider. Den würde ich zuallererst mal drehen. Also heißt hier, wir wollen Button to Top. Value 0 bis 1 können wir lassen und so weiter. Jetzt müssen wir bloß das Ding nach unten bringen. Dazu würde ich den Anker zuerst hier Y auf 0 setzen. Mitte können wir lassen eigentlich. Und dann den Anker hier am Boden, also hier verankern. Dann hätten wir ihn erstmal hier. Und natürlich ein bisschen größer machen, würde ich sagen. Einigermaßen fein steuern können. Hintergrund würde ich was anderes nehmen. Also ich habe jetzt hier ein paar Grafiken von den Bedienelementen genommen. Ihr könnt euch da noch eigene machen, wenn ihr wollt. Ich nehme jetzt hier erstmal vorhandene. Dann würde ich vielleicht für diesen Knauf hier das gleiche Grau nehmen, was wir hier schon an der Bremspedale haben. Und da würde ich auch Outline-Komponente hinzufügen. Und dem Background aber auch gleich. Also Add Component Outline. Dann vielleicht 4. Hintergrund dann vielleicht etwas heller die Farbe. Also so. Das hier. Der Knauf vielleicht ein bisschen dunkler. Müsst ihr mal selber gucken, was so euer Geschmack dabei ist. Ich finde es jetzt eigentlich so ganz okay. Vielleicht ein bisschen schmaler das Ganze hier. Also kann man es glaube ich lassen. Das Fill Area, da würde ich das Fill ganz weg machen. Also das Image abwählen. Und dann können wir mal gucken, wie das aussieht, wenn wir das hier schieben. Ja, so. Das passt doch. Jetzt brauchen wir natürlich noch die eigentliche Winde an unserem Chassis dran. Das heißt also hier sind wir jetzt. Bei unserem Fahrzeug. Und auch da würde ich jetzt erstmal Grafik nehmen, die hier vorhanden ist schon. Vielleicht hier von dieser Felge und irgendwie noch so ein Stück quer oder sowas. Ihr könnt euch natürlich gerne eigene Winde noch machen. Jetzt ich mache das jetzt hier mal einfach erstmal so. Also das heißt, ich mache hier ein neues 2D-Objekt. Und das ist dann unsere Winde, Winch. Und die nehme ich hoch am besten. Nicht ins Canvas, sondern hoch in Track. Und da würde ich zuerst mal, also das hier quasi das Winch als Gestell machen. Also dann habe ich das hier auf 90 Grad. Das wird jetzt quasi unser, unsere Halterung, sag ich mal so. Die muss natürlich auf jeden Fall ein Sorting leer bekommen. Am besten den vom Truck oder am besten oben drüber. 20. Dann würde ich das auch so dunkel machen, wie das andere ist. Und dort dann diese Rolle. Also ich mache davon jetzt noch ein 2D-Objekt als Kind. Die würde ich dann nicht so nennen. Und da würde ich jetzt hier dieses nehmen einfach. Okay, also ist nicht perfekt. Aber jetzt erstmal zum Arbeiten können wir es so machen, würde ich sagen. So, dann haben wir hier unsere Rolle. Aber das ist nun nicht alles. Wir brauchen noch irgendwas, wo nachher das Seil dran festgemacht werden kann. Das heißt, wir bräuchten eigentlich noch ein Prefab. Und da würde ich jetzt einfach hier mal noch ein 2D-Objekt, noch ein Sprite machen. Square. Ich nenne das mal Anchor. Und dieser Anchor, den würde ich gleich zu einem Prefab machen. Auf jeden Fall. Und dann können wir den Anchor hier auch wieder raus machen, eigentlich. Direkt bearbeiten. Auf jeden Fall gucken, dass der 0,0 ist. Und dann können wir ihm vielleicht so ein Bolz-White geben. Da haben wir hier so ein paar. Ich nehme mal das hier. Das ist natürlich jetzt gedreht. Heißt also, würde ich jetzt das auch mal auf 90 Grad oder eigentlich 90 vielleicht lieber. So. Haben wir jetzt also unseren Pfahl. Und da jetzt noch einen Ring rein. Und da würde ich jetzt noch einen Ring irgendwie rein machen. Also noch ein 2D-Objekt. Und da haben wir hier irgendwo sowas gehabt. Ja, das hier können wir vielleicht nehmen. Das ist eigentlich vom Tacho. Aber egal. Bisschen dunkler. Wir müssen den Anchor sowieso auf jeden Fall in den Vordergrund nehmen. Am besten auch auf Truck. Ja, nee. Am besten auf Vordergrund. Und den Ring natürlich auch entsprechend auf Vordergrund. Aber vielleicht dahinter mache ich jetzt zumindest mal, dass der so dahinter ist. Okay. Und jetzt hätten wir hier quasi so einen Anker. Den könnten wir noch ein bisschen schräg drehen. So. Da kann man dann also ein Seil festmachen. Dieser Anker, der braucht natürlich auch ein Skript. Den müssen wir also per Drag und Drop verschieben können. Und dann irgendwo hinsetzen können. Das machen wir jetzt also gleich. Jetzt haben wir also wie gesagt erstmal hier das Prefab. So. Dann als nächstes müssen wir uns mal drum kümmern, dass unsere Winde jetzt angezeigt wird. Wenn wir sie gekauft haben. Vorher sehe ich gerade. Können wir das hier vielleicht in der Startszene da im Truck die Winde mal ausblenden. Weil da brauchen wir sie nicht wirklich. Können wir die eigentlich komplett deaktivieren hier. Okay. Und dann müssen wir uns mal um das Truck Controller. Skript kümmern. Weil da müssen wir jetzt noch was machen. Damit die dann jeweils angezeigt sind. Wenn wir abgegradet haben. Also unser Truck Controller Skript. Da haben wir uns ja beim letzten Mal schon drum gekümmert. Dass wir hier upgraden können. Jetzt habe ich hier noch ein Feld hinzugefügt. Mit einem entsprechenden Header Specials. Habe ich den genannt. Da kann da noch mehr rein. Nicht nur die Winde. Sondern vielleicht noch die Schneeketten und so weiter. Was wir noch brauchen. Und da habe ich jetzt hier ein Array für Gameobjekte. Und das sind die Winde Parts. Können jetzt also auch mehrere sein. Die laufen wir dann einfach durch. Mit einer Schleife. Und schalten die entsprechend ein oder aus. Gehen wir mal an die Stelle. Habe ich auch schon mal. Macht hier die Zeile. Das wäre also das. Das heißt wir laufen mit einer ForEach. Durch die Winde Parts. Und setzen das auf unseren abgespeicherten Wert. Der im Abgeld jetzt steht. An dieser Stelle. Das wäre dann ein True oder ein False. Wenn wir eine Winde haben oder nicht. Wie das hier gemacht ist. Wenn ihr das jetzt. Wenn ihr gerade zuschaltet. Und die letzte Folge nicht gesehen habt. Guckt euch das mal genau an. Sonst ist das jetzt schwer zu verstehen hier. Auf jeden Fall werden jetzt hier also die einzelnen Teile eingeschaltet. Dann können wir in das Prefab vom Truck gehen. Und uns das entsprechend vorbereiten hier. Also wir haben jetzt die Winde Parts. Das sind also jetzt hier. Zusammen Fall 2. Weil wir müssen daran denken. Wir wollen auch die UI einblenden. Also einmal haben wir das Winde. Und dann haben wir das Winde Control. Da müsste man das schon sehen. Gekauft ist es. Also hier bei Specials. Winde ist gekauft. Müsste also jetzt hier die Winde schon da sein. Aber ihr seht. Das ist noch nicht das was wir wollen. Also erstmal sieht man unsere Rolle nicht. Und dann ist er auch nicht am Truck fest. Also nochmal ins Truck Prefab. Da haben wir zuerst mal Winch. Und Winch braucht auf jeden Fall erstmal ein Widget Buddy. Wir wollen ja nachher, dass wirklich an dem Punkt realistisch die Kraft ansetzt. Also wäre es gut, wenn wir das richtig mit dem Chassis verbinden. Das heißt, am besten machen wir uns hier Fixed Joint to D. Und dieser Fixed Joint to D, der kriegt dann auch als Connected Buddy unser Chassis. Dann sind die jetzt quasi hier fest verbunden miteinander. Die beiden. Und wenn wir dann hier mit einer Kraft oder mit einem Joint müssen wir mal gucken, angreifen, dann sieht das auch wirklich so echt aus. Als ob ich hier jetzt die Kraft ansetzen würde. Okay, also das erstmal auf jeden Fall. Ansonsten brauchen wir hier erstmal nichts machen. Dynamic, Simulated, das passt alles. Vielleicht ein bisschen leichter, damit wir nicht so einen Zug nach vorne haben. Dass jetzt quasi unser Fahrzeug doll kippt, wenn hier was besonders schweres vorne dran ist. Die Reibung, das können wir weg machen hier. Ja, und dann haben wir noch das Problem gehabt, dass die Rolle nicht zu sehen war. Da müssen wir nochmal gucken. Der Roller, was hat der hier für ein... Ah, okay, der hat... Also, der muss auch Truck haben. Winch hat Truck 20 und Roller habe ich jetzt hier Truck 19 gemacht, damit der eins tiefer ist, verdeckt wird von Winch. Okay, jetzt haben wir unsere Rolle. Die fährt auch mit. Achso, der Grund, warum das hier mal so hoch fährt, das ist, ich habe hier so eine Grenze hingemacht, also einen Collider einfach, damit der Truck nicht hinten runterfallen kann vom Level jetzt. Der fährt hier aber noch dran hoch mit dem Hinterrad. Jetzt müssen wir nochmal gucken, aber nicht, dass ihr euch hier wundert jetzt an der Stelle, warum der da hoch fährt. Ja, jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass erstmal die Rolle sich hier dreht. Das heißt, wenn wir jetzt hier das hochziehen, dann soll sich erstmal nur die Rolle drehen, bis dahin erstmal. Gucken wir uns mal an, wie können wir das machen. Also, ich habe mir jetzt hier schon zwei Skripte gemacht, einmal Winch und einmal Winch Anchor. Wisst ihr ja, rechtsklick, Create, das ist das Hub-Skript. Zunächst mal wollen wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass sich diese Winde dreht. Also, da würde ich sagen, nehmen wir hier das Winch-Skript. Braucht mal ein paar Felder. Also, Serialize Field, das wird also ein Flow. Da können wir die Geschwindigkeit angeben. Ich nenne das jetzt mal Rotation Speed. Also so als Basiswert, den werden wir dann multiplizieren mit dem Slider. Also, als nächstes brauchen wir den Slider. Und dann brauchen wir noch Trommel, weil das Winch wollen wir nicht drehen, sondern das untergeordnete Kind, also diese Rolle. Ihr braucht natürlich, wenn ihr jetzt hier rot unterkringelt habt, ist klar, den Namensraum, die Engine UI, ich habe das hier schon gemacht. Gut, und um das jetzt drehen zu können, da brauchen wir eigentlich nicht viel. Das können wir im Update machen. Also dann so. Achso, ja, und den Slider natürlich, der muss natürlich noch rein, ne? Also mal Slider. Punkt Value. Okay, dann schauen wir mal in Unity. In unser Prefab-Reihen-Betrack. Und da natürlich jetzt unsere Winch-Klasse. So, haben wir Rotation Speed, mache ich jetzt mal 100. Dann brauchen wir den Slider, der wäre hier bei Winch-Control drin. Dann brauchen wir dieses Roller-Transform hier. So, wenn ich jetzt hier drehe. Dann dreht es sich entsprechend schneller oder langsamer. Jetzt noch, ist es die richtige Richtung? Ja, doch, also wenn wir hier unten ansetzen schon, dann wird das jetzt quasi aufgewickelt. So, würde ich sagen, kümmern wir uns darum, dass wir so Pfosten, also so Anker jetzt, diese Anker jetzt setzen können, ja? Indem wir einfach hier die Rolle klicken, würde ich sagen. Und dann kommt so ein Anker, und den können wir dann entsprechend irgendwo hinsetzen. Auch da werden wir diese Unity-Engineer-I brauchen, weil wir werden uns da einen Button reinmachen. Ja, bei so einem Anker, der muss ja auf jeden Fall mit dem Boden verbunden werden. Also brauchen wir auf jeden Fall mal Bool Grounded, wo wir dann sagen können oder feststellen können, der ist jetzt auf dem Boden oder nicht auf dem Boden. Dann wird der wohl einen Radius haben. Wir können also nicht unbegrenzt irgendwo hin den Anker ziehen und dann über den ganzen Level irgendwie das Auto ziehen. Das wäre doof. Also es braucht irgendwie einen bestimmten Radius. Da würde ich auch einen Bool machen, der das kennzeichnet mit Outside. Gut, und dann haben wir hier ein paar Methoden von Unity Mono Behavior. Und zwar OnMouseDrag wäre das mal als erstes. Das brauchen wir auf jeden Fall. Dann brauchen wir OnMouseUp. Wir brauchen auf jeden Fall die Trigger-Collider. Also OnTriggerEnter brauchen wir auf jeden Fall. OnTriggerEnterToD und OnTriggerExit. Warum brauchen wir die? Wir müssen ja kennzeichnen oder beziehungsweise bestimmen, wann sind wir mit dem Boden verbunden und wann nicht. Also wir müssen hier sowas machen, dass wir also dem Boden einen Collider geben, beziehungsweise da haben wir schon einen Collider. Und da müssen wir jetzt noch wahrscheinlich dann das Tag Ground hinzufügen. Wir prüfen dann, ob wir eine Kollision haben mit Ground. Ja, also eine Trigger-Kollision und setzen dann Grounded auf True. Ich habe es hier nochmal zur Kontrolle nochmal ausgegeben. Und das gleiche in grün können wir eigentlich kopieren. Für Exit und nur mit dem Unterschied, dass es dann natürlich false ist. Hier gehen wir jetzt davon aus, WinchAnchor ist schon da. Ja, also dieses Skript kommt ja auf WinchAnchor. Auf den Anchor. Also wir müssen jetzt quasi bei OnMouseDrag, müssen wir dafür sorgen, dass das Ding bewegt wird. Also das würde ich so machen. Erstmal würde ich die Mausposition hier speichern als InputMaus. Und dann die Z-Position auf, wir können wir hier, ClipPlane. Weil, das Problem ist, ich zeige euch das mal, wir müssen unterscheiden zwischen der Mausposition auf dem Screen und der in der Welt. Und unsere Kamera, ich gehe mal in die Szene von dem Level, ist hier auf minus 10, also so davor. Wenn man das hier auf 3D schaltet, dann sieht man das auch, was genau aussieht. Also die hat einen Abstand. Das ist unser Screen hier, das hier. Und der ist jetzt entsprechend weit von der Fläche, die er aufnimmt, entfernt. Also müssen wir das entsprechend beachten, wenn wir hier umrechnen. Und hier nutzen wir von Kamera die Methode ScreenToWorldPoint mit der Mausposition. Wir rechnen also jetzt quasi die Mausposition auf dem Bildschirm um in die Weltposition im Spiel. Das müsste jetzt eigentlich schon gehen, sofern wir eben so einen München-Anker schon im Spiel haben. Weil reingesetzt wurde er ja jetzt im Moment noch nicht. Aber wir werden ja noch vorher dafür sorgen, dass das Maus-Up noch funktioniert. Nämlich, dass er dann dort an der Stelle auch bleibt. Und da müssen wir eben gucken, ob er Verbindung mit dem Boden hat. Also wenn er nicht grounded ist und wenn er outside ist, dann müssen wir ihn wieder löschen. Jetzt müssen wir natürlich noch dafür sorgen, was passiert mit outside. Das würde ich eigentlich hier am liebsten in einer Property machen, weil man das von außen, also öffentlich zugreifen muss wahrscheinlich. Oder ja, muss man. Schreibe ich einfach mal, erkläre ich euch jetzt gleich. Also, ich habe jetzt hier eine Property, outside. Properties sind groß geschrieben. Und diese Property ist eigentlich also gar keine Variable, obwohl sie als Feld oben drin ist, sondern das ist im Grunde eine Methode. Diese Methoden, diese Properties sind speziell dafür gedacht, in C Sharp, also solche Zugriffe von außen zu regeln. Auch wie ihr hier seht, also auch Berechtigungen, also nur Private, ja. Also nur dieses Script, MünchAnchor kann sich hier dieses outside holen jetzt. Und setzen kann man von außen und von hier vom Script. Und dann ist es eigentlich so, dass man hier in diesen Property Set und Get Methoden nicht allzu viel rummachen sollte, dass man hier noch groß was verändert. Aber ich habe es jetzt hier trotzdem mal so gemacht, dass ich jetzt hier noch, wenn outside ist, also wenn es to ist, also es ist außerhalb, dann ist die Farbe von diesem Enka Rot und ansonsten ist sie Weiß. Damit wir sehen halt, dass es außerhalb ist. Und dieses outside, das wird dann eben jetzt von außen gesetzt. Von der Winde aus wird es gesetzt und gesagt, du bist außerhalb. Gut, also gucken wir mal wegen dem Enka. Erstmal würde ich das hier wieder zurück auf 2D schalten. Und dann würde ich noch mal kurz in das Enka Prefab gehen und dem Enka noch Collider geben. Box Collider 2D. Weil irgendwie müssen wir ja feststellen, dass wir den bewegen wollen. Ich würde den ein bisschen größer machen sogar. Ich, weil der soll ein Stück in dem Boden auf jeden Fall drin sein, damit wir ihn absetzen können. Er soll auf jeden Fall Trigger sein. Und dann müsste es eigentlich funktionieren. Aber eine Sache müssen wir noch vorher checken, nämlich bei Level, bei Grid hier. Da muss hier der Boden, das hier, Vordergrund Collider, der muss auf jeden Fall hier ein Tech Ground. Ich habe es hier schon gemacht. Also dieser Tech Ground, wenn das bei euch noch nicht ist oder wenn ihr jetzt das anders macht, gar nicht mit dem Spiel, sondern mit eurem eigenen Spiel. Also ihr müsst ja irgendwie feststellen, ob der richtig abgesetzt ist, wie auch immer. Gut, also theoretisch, wenn das jetzt schon im Spiel wäre, dann würde man das jetzt dann schon versetzen können. Aber ich würde sagen, wir setzen das auch gleich hier rein per Skript. Also das brauchen wir jetzt nicht extra austesten, dem was reinsetzen. Das ist ja nicht die Realität. Wir wollen es ja so machen, dass es auch so ist, wie es dann wird. Also in Winch instanzieren wir dann einen Enka. Ja, und dazu würde ich jetzt diese drei Felder noch einführen. Erstmal brauchen wir natürlich das Prefab von dem Enka, ist klar, damit wir es reinsetzen können. Dann würde ich hier noch ein GameObjekt machen, wo wir den Anker drin speichern, also den reingesetzten, wenn wir den instanziert haben. Und dann würde ich noch eine Variable MaxDistance zum Setzen von draußen machen, wo man eben einstellen kann, wie weit das weggesetzt werden kann. Gut, und dann brauchen wir hier genauso OnMouse... Ja, wenn wir es auf Klick machen, OnMouseDown. Also wenn man jetzt auf die Winde klickt, dann soll das reingesetzt werden. Und wenn Enka null ist, dann können wir den Enka instanzieren. Wir instanzieren erst den Enka mit dem Enka Prefab und dann weisen wir die Position zu. Jetzt könnten natürlich Schlau-Füchse sagen, ja, das gibt es doch in der Methode drin. Also man kann auch jetzt direkt hier die Position angeben. Das kann man auch. Und dann muss man auch noch die Rotation angeben. Die könnte man mit Caternion Identity angeben. Dann wäre das also die Originale. Aber das Problem ist, wir haben diesen Stab gedreht um 90 Grad. Und das wird ein Problem jetzt beim Reinsetzen, wenn wir es so machen würden, dass wir das hier angeben würden. Deswegen habe ich das jetzt mal so gemacht, dass ich die Position jetzt nochmal außerhalb setze. Müsste das schon funktionieren. Und dann brauchen wir aber auf jeden Fall hier im Truck, da brauchen wir auf jeden Fall einen Box Collider. Und der sollte Trigger sein. So, jetzt müsste auf jeden Fall schon mal unser Enka reingesetzt werden. Mal draufklicken. Ja, genau. Also das haben wir schon mal. Jetzt ist aber noch das Problem, wir können den offensichtlich noch nicht versetzen. Das geht nicht. Da müssen wir nochmal schauen, was da los ist. Okay, dann schauen wir uns am besten mal den Enka-Pyfab nochmal an. Und da haben wir Anka. Ja, und dann werden wir auf jeden Fall natürlich unser Skript brauchen. Das haben wir noch gar nicht verknüpft. Winch-Enka. Ja, und was wir noch brauchen werden wahrscheinlich, wir müssen dann die Kollision feststellen mit dem Boden. Und da werden wir hier ein RichardBuddy brauchen. RichardBuddy2D. Und das würde ich dann aber Kinematic setzen. Okay, das können wir uns mal angucken, ob das jetzt geht. So, also jetzt können wir es nehmen, bewegen. Und wir können es loslassen. Hier muss gelöscht werden, weil es nicht mit dem Boden verbunden ist. Und hier müsste es jetzt stehen bleiben, weil es mit dem Boden verbunden ist. Okay, also das haben wir. Weglöschen können wir es jetzt nicht, noch nicht. Das würde ich jetzt mal als nächstes noch machen. Und zwar nochmal rein bei Anka. Und dann machen wir einfach dem Anka, geben wir dem einfach hier Button. Der ist jetzt mittig, können wir auch erst mal so lassen, würde ich sagen. Dann können wir ihm eine Form geben. Ich hatte hier, wir hatten hier schon so einen Close-Button drin, so ein rundes X, das hier. Und den dann vielleicht, ja, 160 mal 160. Das würde ich jetzt erstmal so lassen, einfach mittig vom Bildschirm. Und wenn das Ding da ist, dann können wir das dann hier wieder wegdrücken. Das würde ich aber jetzt ein bisschen dunkler machen. Okay, und die Schrift von dem Close-Button brauchen wir natürlich nicht. So. Gut, dann müssen wir den Close-Button natürlich auch verwenden. Müssen wir also hier zu Winch Anchor. Und bei Winch Anchor, da müssen wir uns noch den Button holen. Ja, also das können wir eigentlich einfach im Start machen. Dass wir uns den Button holen. Also direkt in Winch Anchor ist er jetzt natürlich nicht. Ist ja ein Canvas. Aber wir können uns den einfach mit GetComponentChildren holen. Button. Dann melden wir uns einen EventListener an. Also noch einen ClickListener. Und jetzt würde ich das einfach mit einer anonymen Methode machen. Dass wir jetzt einfach sagen, Destroy GameObject. Wenn wir jetzt auf den Button drücken, dann müsste also unser Anker wieder weggehen, gelöscht werden. Also, da ist unser Anker. Hat jetzt einen Button. Den kann ich nach wie vor verschieben. Ich kann ihn absetzen und ich kann ihn weglöschen. Alles klar, passt. Gut. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn der noch dahinter wäre. Aber das können wir ganz schnell machen. Und zwar, PFAP Anchor Vordergrund 2. Den mal 0. Also jetzt ist er dahinter. Was er noch nicht macht, ist, dass der Anker rot wird, wenn er außerhalb ist. Also, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Wenn unser Anker ungleich null ist, dann müssen wir gucken, wie weit er entfernt ist. Und dann gegebenenfalls melden, dass er außerhalb ist. So. Da haben wir jetzt unsere Distanz. Und die können wir eigentlich direkt einfach outside mit setzen. Also, wenn Distanz größer Max, Distanz ist die errechnete von hier, dann ist das 2, der Ausdruck hier. Also, outside ist 2. Und wenn outside 2 ist in dem Anker, dann wird die rot dargestellt und nicht abgesetzt. Ungleich null, ne? Also, wenn Anker ungleich null ist, dann passiert das hier. Sonst macht es ja keinen Sinn. Ja, jetzt geht's. Also, ich habe jetzt hier, glaube ich, eine 7 eingestellt. Wenn der weiter als 7 weg ist, dann der rot. Man kann ihn dann auch, wenn ich den jetzt hier absetzen versuchen würde, was jetzt hier... Ja, doch, hier geht's. Also, hier wäre er jetzt außerhalb, aber am Boden und trotzdem müsste er gelöscht werden. Also, das passt. So, jetzt ist natürlich doof. Jetzt muss man natürlich irgendwas sehen, ne? Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hier irgendwie das Seil schon mal einzeichnen. Also, von der Rolle hier zu dem Haken müsste jetzt also ein Seil zu sehen sein. Ich würde es jetzt einfach mit Line-Renderer machen. Wenn wir das jetzt machen würden mit irgendwie mit Durchhängen und so, ja, mit Joints, das wird alles dann ein bisschen sehr kompliziert. Ist hier, glaube ich, nicht notwendig, so viel Physik zu machen dafür. Also, ich würde es jetzt einfach mal direkt einfach durchzeichnen, hier mit einem Line-Renderer. Heißt also, wir müssen zu unserem Track-Prefab, da in Winch, brauchen wir uns einfach noch einen Line-Renderer rein. Dem müssen wir natürlich ein Material geben. Da würde ich jetzt mal das Line-Default-Material nehmen. Und, das brauchen wir alles nicht, das bloß ein bisschen grau machen. Ein bisschen schmaler vielleicht das Seil. So, dann sind wir hier also wieder in unserem Winch-Script drin. Und, da brauchen wir jetzt natürlich erstmal unser Line, also unser Line-Renderer. Das würde ich in Start machen. Wenn wir Variable Line-Renderer anlegen und die Line nennen. Dann hier in Start suchen. So, dann haben wir unseren Line-Renderer. Dann können wir hier einfach Positionen von dem Line-Renderer setzen. Schlau wäre vorher, wir würden uns noch eine Offset-Position machen, damit wir das ein bisschen verschieben können. Das würde ich auf jeden Fall machen. Und zwar als Vector3-Array, Line-Points-Offset. Und dann setzen wir jetzt hier einfach die Position von dem Line-Renderer mit der Transform-Punkt-Position erstmal. Mit Transform-Punkt-Position erstmal von Winch und dann eben von Anchor. Und jeweils das Offset von Index 0 und Index 1. Das müssen wir dann auch einstellen. Das müsste dann eigentlich schon funktionieren. Problem ist ein bisschen, auch wenn der Anker gelöscht wird, dann wird wahrscheinlich die Linie nicht weg. Der Line-Render ist ja nicht disabled. Das heißt also, wir müssten hier, wenn Anker nicht da ist, auf jeden Fall das Disablen. Also wenn Enabled ist, dann wird es Disabled. Also Enabled gleich False. Und dann werden wir wahrscheinlich auch noch den umgekehrten Weg machen müssen. Also wenn nicht Enabled und wir sind hier bei Anchors und gleich nahe, dann Enablen wir die Line. So, das können wir ja mal testen. Zuerst mal müssen wir natürlich noch zuweisen. Also wir müssen hier bei Line-Points-Offset müssen wir auf jeden Fall bei 2 machen. Dann können wir die dann ersetzen. Das machen wir am besten einfach live, wenn es läuft, das Spiel, dass wir es so hinsetzen, wie wir es brauchen. Dann wollen wir mal, was da für Punkte gesetzt werden. Also die Punkte sind da. Hier sieht man jetzt auch, dass die Linie da ist. Aber da ist noch was mit dem Layer. Und zwar, ich muss auf Truck nehmen und jetzt sieht man hier, wie es funktioniert. Also ich mache nochmal zu. Gehe nochmal in das Truck-Prefab rein. Und dann müssen wir hier auf jeden Fall, also Truck einstellen als Layer. Und auch ein bisschen breit war es gewesen. Ich muss es noch runternehmen. Können wir es nochmal probieren. Das ist noch nicht so ganz, ne. Aber ich setze es mal ab. Und da können wir das jetzt hier einfach direkt einstellen. Bei Wünsch. Indem wir hier an das Offset gehen. Das Verstellen. Also das Y. Und bei dem anderen würde ich auch das Y ein bisschen verstellen. Dass es so aussieht, als ob das so von unten dreht. Und wir uns das einfach kopieren hier. Wenn wir jetzt beenden, sind die Werte natürlich weg. Aber wir können dann reingehen. Die Werte wieder zu weit. Okay, jetzt haben wir das. Wenn das weg ist, wird es rot. Kann man nicht absetzen. Ansonsten kann man absetzen. Okay, jetzt haben wir also die Linie. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch dafür sorgen, dass das Randziehen funktioniert, wenn wir eben hier das einschalten. Im Moment passiert noch gar nichts. Das machen wir dann als nächstes jetzt. Also wir brauchen auf jeden Fall ein Widget Body. Ja, ich will noch kurz was erklären. Und zwar, man könnte jetzt natürlich das Ganze mit Joints machen. Das heißt, wir können das ja sogar mal ausprobieren kurz. Ich gehe mal kurz rein in das Spiel. Wir gucken uns das mal kurz an, was man tun könnte. Machen wir mal folgendes. Gehen wir mal in Track Prefab. Geben hier Winch nochmal ein Distance Joint to D. Jetzt können wir das mal testen einfach. Jetzt wieder in Winch. Jetzt haben wir ja hier unseren Connected Body. Und da können wir jetzt einfach mal den Anker draufziehen. Jetzt seht ihr schon, der ist hier schon ein bisschen runtergegangen, die Knie. Wenn wir jetzt hier Auto Configure Distance wegmachen und den Wert verändern, dann sehen wir, ah, okay, da wirkt jetzt eine Kraft drauf. Das wollen wir ja eigentlich, aber nee, eigentlich nicht. Also so starr nicht, sondern der drückt jetzt nämlich auch in die Gegenrichtung. Ihr seht das. Jetzt gibt es noch verschiedene andere Joints. Mit denen könnten wir es probieren, ob es da besser ist. Aber ich habe das schon mal probiert. Ich wollte euch nur mal erklären, dass Joints ja eigentlich ein bisschen ungünstig sind. Es gibt noch eine ganz einfache Lösung, das zu machen. Nämlich, wenn wir uns mal überlegen, was macht ein Seil? So ein Stahlseil, wenn man dran zieht, es wirkt eine Kraft. Also da brauchen wir gar nicht viel rummachen mit Joints, sondern da brauchen wir jetzt einfach mit Ad Force, mit dem Richard Body einfach eine Kraft in eine bestimmte Richtung geben. Nämlich in Richtung da, wo das Seil festgemacht ist und schon ist der Käse gegessen. Und jetzt machen wir es einfach so, dass wir hier mit dem Richard Body arbeiten. Wir brauchen also den Richard Body. Ich nenne jetzt einfach mal RB. Dann können wir uns natürlich genauso holen hier. So, und jetzt können wir einfach in der Update-Methode, aber nee, eigentlich nicht. Also nicht in dieser Update-Methode, sondern wenn wir mit dem Richard Body arbeiten, also mit Physik-Komponenten überhaupt, dann sollten wir die Fixed-Update-Methode nehmen und nicht die Update-Methode. Weil hier bei Update, das ist ungleichmäßig und wir würden also die Physik-Komponenten dadurch halt so beeinflussen, wenn wir jetzt hier das in einem Update machen und dann vielleicht noch mit Time.delta-Time multiplizieren oder so ein Quatsch. Da würden wir dann also dem entgegenwirken, oder das wäre dann falsch einfach. Die Physik würde nicht so funktionieren, wie sie soll. Deswegen muss das hier in das Fixed-Update und verrechnen mit Time.delta-Time brauchen wir hier bei AddForce, also bei Richard Body-Geschichten dann auch nicht. Dann haben wir ja unseren Slider. Der muss auf jeden Fall mal rein, also unser Slider-Value, weil der soll ja die Kraft beeinflussen. Und dann müssen wir das verrechnen mit bestimmten Werten, Grundwert. Also wir brauchen so eine Art Winch-Force, ja, Serialized-Field also. Und jetzt fehlt uns also noch was ganz Entscheidendes, nämlich die Richtung, in die die Kraft wirken soll. Ich lege das jetzt hier schon mal als Variable an, Direction, und multipliziere das. Und hier brauchen wir jetzt also einen Vektor, der die Richtung angibt, und zwar als normierten Vektor. Ankerposition minus die Position von diesem Skript hier, also Winch von Winch. Da haben wir jetzt die Richtung, aber nicht als normierten Vektor. Und damit können wir nicht multiplizieren, nicht verlässlich, nicht richtig. Deswegen müssen wir den Vektor auf einen Einheitsvektor umrechnen. Und das kann man dann machen mit Normalized. Dann würde ich nochmal hier in das Track-Prefib gehen, und da müssen wir nämlich noch die Kraft angeben. Und zwar bei Winch-Force müssen wir noch eine Kraft angeben. Sagen wir mal jetzt hier, dann gebe ich mal hier 200. Gut. Jetzt hier hochdrehen, da müsste eine Kraft wirken. Ah ja. Da ist jetzt natürlich angebremst, die Räder. Das ist jetzt voll anziehen, der müsste der also... Ne? Ne? Das funktioniert so einigermaßen, aber nicht richtig. Der zieht nicht auf den richtigen Punkt. Da müssen wir nochmal gucken. Der zieht auf dem Punkt hier unten. Wir müssen also hier dieses Offset anwenden, damit der auf diesen richtigen Punkt zieht. Der zieht jetzt hier im Moment, glaube ich, auf diesen Punkt hier unten. Auf das Origin von dem hier. Wir müssen das also verrechnen. Wir müssen also hier, wenn wir die Richtung ausrechnen, noch mit diesem Line Points Offset rechnen. Also ich würde es jetzt mal zumindest gut... Ich meine, eigentlich müssten wir das auch noch nach unten bringen, aber ich würde jetzt hier mal bei dem von der Mitte einfach rechnen. Und hier würde ich es dann so machen, dass es eben auf die... Da, wo das Seil festgemacht ist, ne? Also das würde ich eben hier das mit Line Points Offset 1 verrechnen. Der muss auf 0 sein. Also wenn wir das jetzt hier ein bisschen höher machen, da müsste der also jetzt gerade gezogen werden. Da reicht die Kraft aber noch nicht aus. Wenn wir nochmal bei Truck Winch hier nochmal die Kraft ein bisschen erhöhen. 400. Ah, okay. Also so ist es jetzt. Der wird jetzt gerade gezogen, je nachdem wie hoch das ist. Jetzt zieht er den da hoch. Reicht nicht ganz die Kraft. Wir müssen also mit dem Motor ein bisschen nachkommen. Aber das ist auch bei der echten Seilwindel so. Aber an die Richtung, die stimmt, ist alles richtig. Wieder nachlassen, rutscht da auch wieder nach. Der Punkt, den könnte man vielleicht noch ein bisschen besser machen hier. Und was man auf jeden Fall da machen muss, zeige ich euch mal kurz, was ich noch meine, ist, wenn ich den jetzt hochnehme und dann, und dann kann ich hier mit dem Truck wahrscheinlich fliegen, ja. Also das müssen wir natürlich verhindern. Das darf nicht passieren. Also was machen wir? Wir müssen auf jeden Fall einfach den Slider-Value runter setzen auf 0 in dem Moment, wo wir Neues erzeugen. Also hier onMouseDown. Da sagen wir hier einfach Slider.Value ist gleich 0. Dann müsste eigentlich das Problem schon erschlagen sein. Hier müssen wir noch eine kleine Sache einschränken. Und zwar, wir können natürlich nicht immer im Fixed Update einfach hier diese Berechnung durchführen, wenn wir Anker gar nicht haben. Also wir müssen vorher noch checken, vorher Anker gleich Null. Also nochmal, ich setze es hoch. Ja. Jetzt, wenn ich das reinsetze, geht der automatisch auf 0. Sonst funktioniert es gut eigentlich. Also, ihr könnt da mal ein bisschen probieren, ob das so hinhaut für euch. Der Kraft ein bisschen einstellen, vielleicht hier dieses Offset noch ein bisschen hübscher verändern, damit das ein bisschen gerade ist, also das hier nicht so rüber guckt und so mal ein bisschen austesten, ob das alles so läuft. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr noch Fehler findet. Aber ich glaube, so müsste das jetzt eigentlich hinhauen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal habe ich vorgehabt, den Truck also schwimmen zu lassen. Das heißt also, ich gehe nochmal hier kurz in das Main Menu rein. wir hatten ja hier bei Specials nicht nur dieses Winch, sondern wir hatten ja noch dieses Amphibius hier und das würde ich dann beim nächsten Mal machen, dass wir den Truck dann schwimmen lassen können, dass er sich auch auf dem Wasser vorwärts bewegt und dass er eben schwimmt. Also, dann bis zum nächsten Mal. Nochmal kurz Erinnerung, ich mache also dienstags 15 Uhr und donnerstags 15 Uhr ein Video und ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert. Also, bis dann. Ciao.